Musik Hallo! Hallo! Vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Katja Kessler. Ich bin von Filmtoast und sende hier aus Hamburg. Also erst mal Kompliment an die tolle Serie. Ich feiere die sehr. Ich durfte sie im Vorhinein ja schon sehen. Und ja, sehr spannende Thematik. Ich hatte ja vorher auch schon Mathieu Ulbrich im Interview. Und deswegen erst mal die Frage an Sie, Frau Kempter. Wie war das denn für Sie, mit einem Menschen zu agieren und zu spielen, der eine KI verkörpert? Das ist doch bestimmt eine große Herausforderung gewesen, oder? Ich glaube, für Mathieu, der die KI gespielt hat, war die Herausforderung größer und er hat das wunderbar gemacht. Also für mich war es ein tatsächlich normaler schauspielerischer Vorgang. Und das machen wir ja immer. Wir stellen uns was vor, was nicht da ist und nehmen das dann in dem Moment, wenn die Kamera läuft, wenn der Regisseur oder die Regisseurin sagt, bitte wird es zu unserer Realität. Und da hat mir natürlich total geholfen, dass Mathieu das so toll gespielt hat. Ja, auf jeden Fall. Und für Sie, Frau Makatsch, wie war das für Sie? Sie hatten ja auch einen Bogen. Ja, also ich sehe das ähnlich wie Friederike, dass wenn der Schauspieler das toll verkörpert und dann nehmen wir das einfach von dem Schauspieler ab, im Sinne von, dass man sich so etwas denkt wie, das sieht wirklich echt aus. Ja, so ein bisschen holpert es noch. Man merkt, da ist ein bisschen was Roboterhaftes in der Sprache, aber eigentlich könnte ich mich ihm gegenüber erwärmen. Also das funktioniert dann, als sei es eine Realität in dem Moment. Und die haben das alle toll gespielt. Das hat mich auch manchmal zum Lachen gebracht in den Drehpausen, dass ich mir dachte, wirklich sehr gut, sehr fein getroffen, so dieser feine Grat zwischen, ich habe das hier alles erlernt, was ich tue und ich meine es wirklich. Das haben die wirklich super gemacht. Und vielleicht erst mal an Sie, Frau Kempter, wo war da der Spagat vielleicht auch zwischen dem Spiel mit der KI, die ja erst mal leblos ist, schrägstrich war, und dann aber auch, wo Sie anfangen, in der Rolle Gefühle für die Maschine zu entwickeln? Die Herausforderung war einfach, tatsächlich wäre die aber nicht so viel anders, wenn es eine normale Liebesgeschichte wäre, einfach zu erzählen, was bedeutet das, wenn man sein Herz öffnet, wenn es dann vielleicht zu gewissen Schwierigkeiten kommt, wenn man sich gewisse Fragen stellt, die natürlich mit so einer, wenn man sich vorstellt, dass man sich wirklich in so einen Love-Droid verliebt, ist es natürlich noch ein bisschen komplizierter und komplexer, als wenn es jetzt vielleicht nur der ungezogene Nachbar ist, der vielleicht schlechte Eigenschaften hat. Aber da stellt man sich vielleicht auch die Frage, jetzt verliebe ich mich in jemand und der ist nicht nur gut, sondern der hat auch andere Seiten. Das sind so die Fragen, die man sich stellt. Aber man sieht, schauspielerisch übersetzt man sich das dann eben, dass man das als Mensch, der ich jetzt tatsächlich bin, dass ich das nachempfinden kann als Schauspielerin. Ich übersetze mir das natürlich so ein bisschen alles, dass das funktioniert. Und für Sie, Frau Makatsch, war das für Sie genauso oder war das vielleicht noch eine andere Herausforderung? Ja, ich denke, dass dieser Moment, dass man den so mitspielt, dass man sich über sich selbst vielleicht ein Stück weit wundert oder so, dass man irgendwie so denkt, ach, komisch, jetzt finde ich ihn ja wirklich attraktiv oder was ist das jetzt in mir, was von diesem Love-Droid will, dass diese Verwunderung darüber in einem stattfindet. Und das ist das, was dann da passiert. Können Sie verraten, wie viel Anja in der privaten Heike ist? Also, ich würde sagen, dass jede Figur, die ich spiele, hat ganz viel von mir, aber sozusagen kondenst. Ein Anteil von mir, wo ich denke, den schenke ich, dieser Anja, den sehe ich in der Anja, den mache ich dann groß. Und den mache ich dann auch exklusiv oder so. Wie bei dieser etwas perfektionistischen, überdrehten, aber gar nicht so glücklichen Anja. So würde ich mich selten, aber manchmal sehen. Da hat man vielleicht so einen Kern in sich und den kann man spüren und den kann man liebhaben und den kann man dann so einer Figur schenken. Ach, das hast du schön gesagt. Die Serie spielt ja in der Zukunft, in 2036. Können Sie sich vorstellen, dass Ihnen das selbst passieren könnte? Dass Sie Gefühle für eine Maschine entwickeln könnten? Ja, also man kann sich ja durch seine eigene Fantasie in die merkwürdigsten Dinge versteigen. Also, das ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich denke, dass, was jetzt Erotik oder Verliebtsein, Gefühlsexplosionen betrifft, das hat sehr viel mit Projektion zu tun, hat sehr viel damit zu tun, was im eigenen Kopf als Film erlaubt ist. Und insofern wäre es bestimmt möglich, mit solchen Dingen zu spielen. Und Sie, Frau Kempter, können Sie sich das für sich vorstellen, dass Ihnen das passieren könnte? Ja, also erst mal kann ich es mir so konkret nicht vorstellen. Also, wenn Sie mich fragen würden, würde ich sagen, nee, ich glaube, ich kann mich nicht in eine Maschine verlieben. Und ich weiß auch, als ich die Drehbücher zum ersten Mal gelesen habe, wollte ich eigentlich unbedingt, dass Mila quasi sagt, nee, ich will doch keine Maschine, ich will einen Mensch. Also, ich habe das schon auch so als ein bisschen als ein Manko gesehen, ein bisschen als ein Versagen gesehen. Dachte ich, warum schafft sie das jetzt nicht mit einem Menschen? Die ist doch eine coole Frau. Das ist ja auch die Frage, die ihr von außen überall gestellt wird. Und das ist auch eine Frage, die ich an die Figur hatte tatsächlich, beim ersten Lesen. Dann irgendwann hat sich mir das ergründet. Ja, ich glaube aber auch, wie Heike das gesagt hat, ich glaube, Verlieben, Liebe hat ganz viel mit Projektion zu tun. Und ja, es ist möglich. Also, das ist nichts, was weit weg ist. Und was die KI-Entwicklung angeht, ist das für Sie eher beunruhigend oder macht es Sie eher neugierig, auf die Zukunft bezogen? Jeweils an Sie beide Gerichte. Also, ich denke, was daran beunruhigend ist, ist, dass es die Gesellschaft sehr verändern wird. Es verändert sie auch schon. Wir haben seit 20 Jahren Smartphones. Die Welt ist nicht mehr die gleiche. Und da dann nur die positiven Aspekte rauszudestillieren, das ist, glaube ich, schwierig. Und insofern, klar, man kann Uhren nicht zurückdrehen. Man muss versuchen, das Beste aus dem, was uns umgibt, zu machen. Aber künstliche Intelligenz und eine, die sich sozusagen in ihren Fähigkeiten bis hin zu Gefühlen irgendwann über den Menschen hin wegentwickeln wird, das sehe ich schon als etwas an, was viele Fragen für die Menschheit aufwirft, die dann vielleicht nicht positiv beantwortet werden können. Ja. Ich sehe das absolut genauso. Also, wenn wir auch mal angucken, was Facebook oder Social Media mit der Welt gemacht hat, also, dass das so eine Kraft sein wird, die wirklich auf politische oder geschichtliche, gesellschaftliche Ereignisse wirklich auswirkt und vielleicht sogar Wahlen beeinflusst, die dann weiter wirken, finde ich das auch eine ziemlich krasse Kraft, die uns wirklich vielleicht über den Kopf wachsen, also, die wird uns über den Kopf wachsen und wir müssen irgendwelche guten Regularien finden, um das im Griff zu haben, tatsächlich. Okay, ich muss leider schon zum Ende kommen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war mir eine große Freude. Und eins muss ich zum Schluss noch unbedingt loswerden. Frau Makatsch, Sie sind der Grund, weshalb ich den Song Stand by Your Man eingesungen habe. Ah ja, das freut mich. Haben Sie das auch eingesungen, ja? Ja. Aber Sie sind da gespeichert in meinem Kopf. Ganz, ganz großartige Performance. Eine großartige Premiere wünsche ich Ihnen und noch einen ganz schönen Tag. Danke. Ebenfalls. Tschüss.